Auf den Shetland-Inseln sind die Wikinger los. Dass die raubeinigen Männer hier in Lurwick durch die Straßen ziehen, hat Tradition, seit mehr als 100 Jahren. Die Menschen auf der Inselgruppe hoch im Norden Schottlands sind stolz auf ihre nordische Vergangenheit. Und jedes Jahr in Januar wird ordentlich gefeiert. Mit dem Fest ab Helia soll der Winter vertrieben werden. Der ehrenamtliche Wikinger-Häuptling ist stolz auf seine Truppe. Wenn meine 57 Männer und 8 Jungs auf der Hauptstraße stehen, dann ist das ein Moment des Stolzes für mich. Ich blicke zurück und denke an all die harte Arbeit, die sie geleistet haben. Und ich denke, was sie für beeindruckende Kostüme haben. Dieses nachgebaute Wikinger-Boot wird tagsüber durch die Straßen gezogen. Später dann, wenn es dunkel wird, wird die Straße erhellt nur noch von Fackeln. In einem fulminanten Höhepunkt werden die schließlich in das Schiff geworfen, das dann lichterloh verbrennt. Ein Opfer der Flammen. Fast wäre ab Helia dieses Mal ins Wasser gefallen, wegen stürmischen Wetters. Doch wahre Nordmänner können Wind und Regen nicht schrecken. Zur Erleichterung der Besucher, die sogar aus Japan und Australien kommen. Die Jungs sind durch Regen und Hagel gegangen, also können wir das Gleiche tun. Bis tief in die Nacht wird dann noch gefeiert, beim Wikingerfest auf den Shetland-Inseln.